die meisten kennen die firma mag zwar die bekannt ist für coole kleine programme die ihnen das arbeiten erleichtern viele kennen sehr wahrscheinlich quark to indesign wo man quark dokumente in indesign öffnen und diese editieren kann flight check kennt man zum die dokumente checken dann gibt es mark zwar tool es gibt utilities die kann man gratis runterladen und file recovery ich habe dieses produkt pdf2 dtp von der firma mag zwar zur verfügung bekommen und würde ihnen diese gerne ein bisschen näher vorstellen hier können sie weitergehen und sie sehen neu oder relativ neu ist beim mark zwar auch das abo modell also sie bekommen diese software für 199 euro und das geht dann ein jahr was schön ist es gibt aber auch upgrade optionen also wenn sie mal eine version gekauft haben gibt es update versionen in den nächsten filmen werden wir das anschauen was dass das alles kann sie sehen es wird sehr gut bewertet und ich glaube die bewertungen sind richtig ein du